Da packt er seine ganze Technik aus und macht ein absolutes Traumtor, also viel schöner geht es ja, das war perfekt, das ist ja unglaublich, wie der mit dem Ball umgehen kann. Das Tor sehen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Er ist unglaublich, mit dem Skorpienklick macht er das. Ein bisschen Glück ist das auch.